Gib mir den Stein, dann mach ich's noch viel wundervoller. Ein Typ, der schon wieder da nix hat, ne? Immer dasselbe. Fakt ihr mal eben derweil. Schlecht, ey. Es gibt zu wenig Betten in eurem Reich. Baut mehr Bauernhöfe, um all eure Siedler versorgen zu können. Euer Dorf wird angehilfen. Machen wir mal ein paar weg. Was jetzt? Alle Rohstoffe sind weg. Ausbau vollbracht. So. Da brauchen wir mal wieder Stein. Schon mal daran gedacht, ein paar Betten mehr zur Verfügung zu stellen? Ich habe nämlich keins. Ihr habt nicht genug Wohnhäuser durchlaucht. Eure Bauernhöfe produzieren nicht genug Essen. Na gut. Na gut. So habe ich liebens irgendwo live eigener. Natürlich. Kann man da auch noch nen Schatzmeister... Obwohl Schatzmeisteri brauchen wir nicht. Ähm. Wo wollen die hin? Muss ich jetzt nicht ganz verstehen, ne? Kann ich jetzt Feierabend machen? Es gibt zu wenig Betten in eurem Reich. Eure Bauernhöfe produzieren nicht genug Essen. Naja. Wo auch immer die grad hinwollen. Sollen sie mal. Sollen sie mal. Wir holen uns erst mal. Fertig. 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 Mancher wird. Ein Verbündeter ist in Schwierigkeiten. Aber gerne. Ja ja. so was haben wir ja vor, ach so schnell gegner, alles klar eine schmiede könnten wir uns bauen dann gleich stadtmeister reich schmiede und verpfälle oh haben wir viel eisen mittlerweile und holz auch ja klar baut doch da ein kleines wohnhaus warum nicht habe ich gar kein problem mit die kostet nämlich nicht so viel stein nix mehr wir haben alles abgebaut das gebäude ist ausgebaut es gibt zu wenig betten in eurem reich reich doch wo haben wir denn die betten hier unten fehlen die das ist kein zu erfreien machen wir halt einfach so so erst mal hier schön kanonen oh gott die bauen eine aussicht ein schmied beginnt mit der arbeit das ist nicht gut ja ja ihr habt nicht genug wohnhäuser durchlaucht wird erledigt das ist auch stein ey alles immer stein hier das gebäude ist ausgebaut abgewertet sich halt direkt zum hier kommt kein angreif runter das heißt könnt ihr hier wieder ran schicken oh gott ja gut die werden jetzt alle komplett zerflext wenn der da oben auf das gebäude geht dann geht er noch ausbau abgeschlossen da geht auf das wohnung verteidigt euch ihr werdet angegriffen ein schatzmeister beginnt mit der arbeit in der bank fertig meister ihr habt nicht genug wohnhäuser durchlaucht baut mehr bauernhöfe um all eure siedler versorgen zu können kommt doch alles erst im nahe hinein ich bin verliebt hier kann ich jetzt feierabend machen ach da unten haben sie einen bauernhoffinger ok was ist denn was ist denn falsch bei ihnen fertig meister ich glaub dem geht's noch zu gut ey es ist gut genug zu essen spürt den zauern des herrn hey den geht's wahrhaftig nicht gut genug ich bin fertig hier kann ich jetzt feierabend machen ein priester tritt in eure dienst eure arbeiter bezahlen ihre steuern alle eure wohnhäuser sind belegt aber es gibt noch ein paar rippstein rippstein aber jetzt haben wir hier das gebäude wenigstens einmal dann einige siedler haben nichts zu essen der feind attackiert eure siedlung ja mein herr natürlich ja mein herr so gut kommt mal hier wieder zurück meine lieben ja der arme bauer er sich und ist kampfunfähig ja ich gebe mein bestes wenn gottes so denn euer dorf steht unter beschuss lass dich eines besseren beleben mein sohn folgt mir in den kampf auf in die schlacht auf den schwertrupp bitte wird gemacht wenn ihr meint ich tue mein bestes braucht er nicht hinterher laufen hier gibt es jetzt nix mehr wir haben alles abgebaut da habt ihr wohl recht aber hier oben gibt es noch was ihr habt nicht genug wohnhäuser durchleucht seid unbesorgt ja jo es ist zeit ja na na gut ich tue mein bestes attacke na gut brauchen die da halt echt n Dingens hin ey ein arbeiter ist in großer Gefahr ja ist gut 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 ja Eine neue Technologie ist erforscht. Euer Dorf wird angekürzt. Hier oben. Da brauchen Sonne. Ein paar Bauernhilfe zu errichten. Ein Händler nimmt die Arbeit auf dem Marktplatz auf. Ihr habt nicht genug Wohnhäuser durchlaucht. Eure Bauernhilfe produzieren nicht genug Essen. Wieso bauen die denn da so? Ach Gott. Wird erledigt. Muss ich nicht verstehen. Sofa. Ausbau vollberecht. Nichts lieber als das. Sonst habe ich aber dann langsam ein Feuer. Passt das dann jetzt langsam. Dann upgraden wir die erstmal hier komplett. Dann passt das auch erstmal. Die Forschungen hätte ich eigentlich auch schon längst. Ups. Falsche. Ich habe getan was ihr wolltet. Ausbau abgeschlossen. So. Na gut. Ja. Alle eure Wohnhäuser sind belegt. Aber es gibt... Jetzt sagen wir rotten einfach die Barbaren erstmal aus. Es gibt nicht genug zu essen. Hm. Die Erforschung einer neuen Technologie. Ach. Ein Bett in einem Wohnhaus wäre jetzt etwas wirklich Feins. Ein Verbündeter ist in Schwierigkeiten. Feinde greifen eure Häuser an. Geschafft. Ausbau vollbracht. So. Ab jetzt haben wir nicht genügend Truppen. Ah ja. Ne. Ich will einfach mal mit Bogenschützen arbeiten. Aber jetzt hatten wir noch nie. Also ich habe noch nie wirklich mehr gehabt. Können wir jetzt eigentlich mal anfangen damit. Ich frage mich ja wie lange es hier jetzt noch dauert. Ich bin fertig hier. Kann ich jetzt Feierabend machen? Ich glaube ja, dass hier eine Verwechslung vorliegt. Eigentlich sollte ich gar nicht hier sein. Zahltag. So hohe Steuern habe ich meinen Lebtag noch nicht zahlen müssen. Ach, hab dich mal nicht. Ihr habt nicht genug Wohnhäuser durchlaucht. In Ordnung. Hab dich mal nicht so. Hab dich mal. Seid ihr noch ganz bei Trost? Die Steuern sind untragbar hoch. Fertig. Eine neue Technologie ist erforderlich. Untragbar hoch, so als ob. Als ob die so hoch wären. Tragbar hoch. Ah, aber Motivation ist doch übel. Was habt ihr denn da immer? Komm. Eure Siedler werden gesegnet. Wir wimmeln einfach mal ne Runde. Ähm, Ballistentum kriegen sie aber nach und nach, Alter. Ich hab getan was ihr wollt. Machen wir da auch noch ne Kanone drunter. Ausbau abgeschlossen. So. Und jetzt. Steht alles sowieso. Und das. Benim match. Als ob er nochbricht bleibt. Janya kaufen Fastbal Ignatius